Sehr geehrte Damen und Herren, abschließend richte ich nochmals meinen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Einsatzes beigetragen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Soldatenglück, getreu unserem Motto. Schützen und helfen dort, wo andere nicht mehr können. Ein neutrales Land, das teilnimmt, das sich bekennt, das die Pflicht erfüllt, anderen zu helfen. Danke Ihnen für Ihren Einsatz. Wir konnten circa 50.000 Leute mit 3,2 Millionen Menschen Trinkwasser versorgen. Wie sind Sie eigentlich von der Bevölkerung aufgenommen worden? Wir wurden sehr herzlich aufgenommen von der Bevölkerung. Sie waren unendlich dankbar für unsere Hilfe.